Wer ist das? Das kotzt mich so an! Wer hobelt hier schon wieder? Ich hätte schwören können, dass hier einer die Nudel dreht. Vielleicht der von gegenüber. Oh! Endlich wieder Steuerklasse 1! Und das ist der Wahnsinn! Juhu! Oh, danke schön, dass du sie wieder mitnimmst, du Gott da oben. So hole bitte auch meine nervige Schwiegermutter als Opfergabe. Das sind doch zwei Fernseher. Das melde ich der GEZ. Ach man, gab schon wieder nur Brokkoli. Hast du das Messer von letzter Woche? Du solltest doch die verdammten Zwiebeln schneiden, du Teppichklopfer. Ich schneide den Scheißdreck. Na warte. Nimm sofort die Finger weg. Dann schneid die scheiß Zwiebeln morgen. Deine Vorfahrt schneide ich. Du hast doch gar keinen Führerschein, du Umweltverschmutzer. Autos fahren mit Benzin, nicht mit Führerschein. Warum gehe ich eigentlich immer raus, wenn es Nacht ist? Keine 20 Meter von zu Hause entfernt und schon verlaufen. Ach man ey, es ist doch jedes Mal das Reiche. Kleine Stühle haben die hier. Hm? Wer macht da Krach? Ach, Ursula hat wieder ihren Wasser. Ah, mein Bus. Tach Rauch, ich bin Hans und auf der Suche nach einer Frau fürs... Äh, warte, falscher Text. Ähm, mein Name steht hier, den kann ich aber nicht lesen. Naja, warte. Was zockst denn so? Äh, League of Legends? Bist du eigentlich Kernbehindert? Ey, willst du Stress? Ach komm, verpiss dich. Bronze 4 nehmen wir nicht mit. Was ist denn da? Äh, äh, die GEZ war dort. Ach du Scheiße, dann schnell rein, ich hab noch nicht gezahlt. Geh nach vorne, sonst haben wir Seitenlage. Verfickte, was hast du hier drin? Sprengköpfe? Ja. Ihre Route wird immer überrechnet. Na, das wird aber enger. Oh, Scheiße. Wenn möglich, bitte wenden. Oh, schon wieder James Bond-Mucke. Zusammenrutschen, Leute. Ja. Geht's noch langsam? Wenn ihr eure Gesichter sehen könntet. Na, endlich geht's weiter. Ja. Nimm den mit. Nimm den mit. Nimm den mit. Fantastisch. Nochmal. Wetten, die Kasko greift nicht. Zimmer Service. Nein, wer zählt denn die Schnauze? Ich komm dann später nochmal. Harry, ich muss mal mit dir reden. Ähm, okay. Hermine, aus dem Weg. Der hat geschubst. Und zwar geht es um ein Let's Play von dir. Um welches dann? Outlast 2. Mir ist aufgefallen, dass du bis vor kurzem keine Altersbeschränkung aktiviert hattest. Ich finde es wichtig, dass man den Jugendschutz beachtet. Aber mal etwas anderes. Die Videos sind immer so verdammt dunkel. Das sind halt Aufnahmen vom Desktop. Man sieht aber nichts. Ja, da kann ich ja nichts mehr. Weißt du, wie viel man sieht? Äh, nee. Ungefähr so viel wie... Ein Blinder? Ungefähr so viel wie in einer sibirischen Mine ohne Fackel in Schwarz-Eis. Oh, oh. Genau. Da bringt es auch nichts, wenn du es auf 1080p mit 60 FPS drin lässt. Ich kann nachvollziehen, dass das Video sonst noch größer wird, aber muss auch guten Content bieten. Ungefähr wie diese Synchro-Verarsche hier. Verstehst du? So, ungefähr so viel sieht man. Das geht gar nicht, Junge. Das solltest du verbessern. Okay, ich versuch's. Klappe, ihr... Und deswegen konnte ich für dich leider kein Ticket besorgen, Harry. Du hast für Harry kein Ticket, weil deine Ratte eins brauchte? Hast du ne Klatsche? Hä? Ich doch nicht. Du weißt doch, wie naiv ich bin. Da hab ich eins geholt. Jetzt hab ich kein Geld mehr. Danke, Ron. Oh, wow. Hä? Sind wir schon da? Ach, ich werde wieder eine Signalstörung. Wie immer. Oh, ah, nee, nee, nee. Nevermind. Keine Störung. Ach, Kopf hoch. Schlimmer kann's nur nicht kommen. Fuck. Ron, siehst du was da draußen? Ja, es ist bewegt. Mit Niederschlag von 80% bei angenehmen. Ich hab Angst. Boah, Ron, du dumme Knickleuchte. So wie das raucht, haben wir sicherlich eine kaputte Zylinderkopfdichtung. Kann sein. Hat dieses Schienenfahrzeug überhaupt TÜV? Scheint so. Ich will sofort die Betriebserlaubnis sehen. Kamine! Hurry! Hey, Leute! Gerade ist der Kontrolleur eingestiegen. Wow. Eskabal. Das sah aber nicht so aus wie Thomas und seine Freunde. Nein! Einer Naturgewelle Wasser! Ja, ich spüre bereits die soziale Kälte der Abgeschiedenheit. Nee, Harry. Nur die Klimaanlage ist kaputt. Oh. Jetzt reicht's aber! Was geht hier an? Äh, äh. War der Mann eigentlich vorhin schon drin? Höh? Boah, braucht der lange. Ich bin so am Arsch. Fahrgäste ohne gültiges Ticket zahlen ein erhöhtes Beförderungsentgelt. Mindestens 0,60 Sikkel. Ich habe eins. Wow. Ich habe auch eins. Na schön. Und du, Junge? Hast du denn noch einen Fahrausweis? Äh, die habe ich verlor... Das habe ich schon so oft gehört. Sie haben vorsätzlich gegen die allgemeinen Beförderungsbedingungen verstoßen. Wir werden nach § 158 Strafprozessordnung eine Anzeige gegen sie erstatten, da sie keine gültige Fahrkarte vorzeigen können. Fahrkarte? Hier ist meine Familienfahrkarte! Was ist das? Nein! Nein! Ohhhh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020